Musik Musik So meine Kinderchen da draußen, hallo und eine herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Opski So wir sind beim letzten mal durch den Wald gejettet hier mit den beiden Ich muss nochmal kurz überlegen wie ging das nochmal, ich hab das schon wieder alles vergessen Ähm Hatten ein paar dicke fette Monster kalt gemacht Jetzt sind wir hier auf dem richtigen Weg in die Rettung, die Naht. Nein, denke ich mal nicht. Denn so viel Glück haben wir nicht, denn die Monster sind einfach überall. Ja, wir kriegen ja Katze rein. Ei, ei, ei. Hör voll so leid. Hey, Corey! Oh, was ist das denn? Der lustige Buckelfib. Ei. Alter, ich glaube, der hat so ein paar Nasenhüllenprobleme, ne? Was ist das aus, Meister? Muschi-Weiber! Sie fliegen über uns, ihre Muschis sind weit und offen. Wo müssen wir hin? Wo war der lustige Buckelfibs jetzt? Wir gehen hier verkehrt. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich glaube, wenn einer von ihnen stirbt, dann stirbt er auch für immer, ne? Der kann man nicht wieder zurückholen. Das ist immer eine sehr, sehr schlechte Sache, wenn jemand stirbt. Was haben wir noch für Waffen? Die Motorsäge, stimmt. Die elektrische Motorsäge. Das ist was für Greta. Die freut sich über so etwas. Welchen Weg wählen wir? Wo ist der lustige Buckelfibs? Oh! Oh! Auf die blöde Buckel! Nein, verschwendet! Schlag doch zu! Okay, nicht schlagen! Ouf! Oupsi, Pupsi! Der stellt sich... Der stellt sich... Der stellt sich... Ja! Da stellt sich mir die Frage, was könnte das mal gewesen sein? Ich meine, diese ganzen Monstern entstehen ja eigentlich normalerweise aus Menschen. Zwei Stück! Aber schnell kaputt machbar sind... Oh Gott! Oh Gott! Alter! Haben wir doch... Was ist das denn, Serum? Komm, Jack ist hier rein! Spieler 1, Tritt 3! Nein! Äh, äh, äh... Wie war das noch gleich? F... E... Ach Gott, wie war das nochmal, das bestätigen? Äh, wie war das nochmal gleich? Oh Gott, hab ich wieder vergessen, ne? Hielt T-E-E-E-E-Q-R-S-T-U Könnte ich nutzen, ne? V-C-E-N-T-E-N-E Ich glaube, wir werden für immer sterben. Ja, hier geht's auch nicht weiter, ne? Achso, aber warte mal, wir haben ja noch... Alles klar! Zurück auf den Campus! Speichern wäre ziemlich geil, das wäre super cool! Was haben wir denn hier? Ich dachte, das wäre ein Energydrink oder so. Das muss sein, das Hospital! Dann werden wir sicherlich ein paar Hilfe finden! Erstmal müssen wir in den Platz kommen. Ja, es sieht ziemlich kalt! Nicht sogar eine Ambulanz-Siren! Wir können das benutzen! Dann war's STRG! Rad, okay, und leer! Ja, ho, ho, ho! Oh, sie sieht ja selber nicht besser aus, ne? Naja, Pech gehabt. Ich hoffe, May ist okay. Ein bisschen lecker, um das jetzt zu denken, moron! Ich weiß, ich war stupid. Das ist nicht die erste Mal. Öffnen. Okay, warte mal. Lass uns das mal gucken. Normalerweise gehen Menschen ja durch Türen, ne? Ich meine, das Krankenhaus ist genial, Alter. Ein Krankenwagen steht davor, hier ist kaum Platz im Wenden oder hast du nicht gesehen. Eine Garage. Da können wir nicht... Du bist offline. Offenbar bist du offline. Bitte überprüfe dein Netzwerk. Warte! So bin ich ja nicht offline. Ich glaub, ach so, jetzt weiß ich mir klar, warum ich offline bin. Unser süßer Hund hat wahrscheinlich am Kabel gezogen. So sind sie, die Hunde. Na guck mal, der meckert inka rum. Komm hoch! Ah! So. Ich glaub, hier können wir durch. Nochmal springen? Sollten wir ihr nicht vielleicht erstmal hier hochhelfen? Können wir das nicht? Warte. Ne, ich dachte, ich kann hier hochhelfen. Es ist immer gut, das Mädchen immer zurückzulassen. Alles klar, dann nochmal. Wo müssten wir denn eigentlich hin? Leer? Das Fenster kann nicht geöffnet werden. Okay, dann springen wir da hoch, Digga. Cory, schau! Können wir mich verassen? Wow, Köln ist tot. Eieieieieieiei! Ja. Muss ich ja. Jetzt sind wir trotzdem fast tot. Äh, ich weiß nicht, hat der Amy gerade noch mal der Schrufländer ausgerüstet? Aber aus welchen Gründen auch immer? Hatte sie keinen Bock gehabt, damit zu schießen. Aber es ist ja auch... Wie war das noch gleich? Da ist dieser Hockeyschläger. Nee, das ist ein Baseball. Golf Baseball. Golf Golf. Hier muss man immer alles so separat machen einfach, ne? So, da bin ich dafür. Und dann kriegt sie hier noch den hier. Ich halte das Ding einfach krasser als für einen Hockeyschläger, so einen Golfschläger. Wobei mit einem Hockeyschläger kann man auch schon ordentlich wehtun. Wahrscheinlich. Akrobatik. E-Zifien. 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 Okay. Wie wär's denn damit, wenn sie da hochspringt? Auch nicht. So, komm. Er macht das nicht nochmal. Warum blinkt das hier alles so merkwürdig? Weil ich die ganze Zeit die Dings drücke? Wenn wir solche Spielern down spielen würden, dann glaube ich, dann würde es richtig heftige Brandings geben, ne? Okay, die Musik hat aufgehört. Es ist nicht mehr so gruselig. Akrobatik. Scheiße, kann nur los. Kann ja nicht rüberjumpen. Aua. Ah, nicht das wieder. Nicht schau. Hast du noch andere schulde Dinge zu sagen? Hey, das ist genug, okay? Sorry. Wenn ich mein Leben riske, bin ich irritabel. Okay. Geh durchs leere Fenster. Was ist hier los? Kann man da runtergehen? Ne, ich glaube nicht. Ich muss durchs leere Fenster gehen. Durchs leere Fenster? Geh durch das Fenster. Hey. Lass mich nicht, was? Hey, ohne Amy gehe ich nicht da. Ja, war klar. Dann hol sie doch hier hoch. Wo ist sie denn jetzt? Ja, das ist hier mit runter. Kann man hier runtergehen? Durch dieses offene Ding. Ah ja, guckt mal. Nach unten. Wenn da jetzt noch ein Monster ist, dann sind wir im Arsch. Hier können wir gleich die Tür öffnen. Ich dachte bloß einmal ein bisschen Items checken. Okay. Komm schon, Blondie. Was hast du erwartet? Eine Invitatung? Blondie, ne? Excuse me? Wir haben 2022. Ich weiß nicht, was May sieht in dir. Hallo? Somebody hear me? Hallo? Fall Creek here. We need help. Please. Some people died. Answer! May? Corey, where are you? I'm at the hospital with Amy. My car. It's dead. I'm worried about you, Corey. I know. I'm sorry, honey. I've been an idiot. Corey, it's June. I'm gonna look for her at the dorm with Sven. Hey, dude. Good news. June's car is still here. As soon as we get the keys, I'll bring the twins back. I promise. And by the way, you'd better take care of my blonde girl, okay? Hey, don't worry. We're gonna stay here a while. It seems peaceful. Be safe, okay? You know me. I love you, Corey. Ich liebe dich auch. Oh, Licht. Hello. Oh, er wird sauer. Go on. Work. Just once. Oh. I'm so sorry. I couldn't find the pills. Okay. Okay, wo sind die beiden jetzt? Hat er überhaupt ne Waffe? Moment. Ja, ne Base. Und sie hat... Die hat ne Pistole. Mei-ei-ei. Mei-ei-ei. Na, komm. Mei-ei. June? They're just behind the door. I think they know. I'm in your room. We're close. I'm West Sven. We're coming to get you. Please. Hurry up. Speichern wir mal geil. Mal ganz kurz hier checken, ob wir noch irgendwas finden. Flott. Bevor wir speichern gehen. Dun-dun. 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 Dun-dun-dun. 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 Dun-dun-dun-dun. Aber es ist wahr. So ein Scheiter, Alter. Hold on, June. Wir kommen. This is gonna be close. Okay, speichern. This flower is weird. War klar, dass das nicht funktioniert. War klar, dass das nicht funktioniert. Wir müssen die gigantischen Schalter benutzen. Achso. Ja, klar. Alter, bitte. Jo. Jo. Dann können wir uns später, ja. Ein paar Items werden hier halt, ne? Was für eine Auffahrt, Alter. Ja. Kannst du dich drehen, Digga? Ne, gehen wir nicht. Ich bin mal... Oh, ja. Ist das dein Ernst? Oder schlubsen kann ich deswegen auch nicht. Und dazwischen komme ich auch nicht rein. Ist nicht dein fucking Ernst? June really needs me, Sven. Ja. 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 Wenn du mich total unterdrückst. Ja, wieso geht das denn nicht? Dann wächst sich hier kein Zentimeter. Können wir da rüber aufs Dach rüber? Ah ja, guck mal. Wir springen doch da rüber. Scheiße, zu weit weg, wa? Ja, doch. Geht doch. Und jetzt? Alles klar. Oh, guck mal hier. Geh doch mal bitte beiseite. Okay. Geht nicht. Wo ist die denn jetzt? Oh, Gott. Ich hasse sie jetzt gegen Tiere. Die Frage ist, wo ist die denn nochmal? Zu? War auf. Zu? Zu. So, komm, weiter. Spannung, Spannung, Spannung. Hatte sie aber auch gesagt bestimmt... Verpiss dich hier! Hatte sie aber auch gesagt, wo sie ist, ne? Ne, hier kommen wir her gerade. Wo ist sie denn? Die Schwestern ist kaputt. June ist nicht in der Basement. Ja, wo ist sie denn? Wenn du mir das sagen könntest, das wäre natürlich viel geiler, ne? Wir könnten sie... Ich meine, das ist ja deine Schwester. Ich meine, das ist alles cool. Ein PC. Warte. Geh beiseite. Ja. May, would you know how to hack into that? Ach, scheiße. Da war es wieder, diese Hackerei. Also, Kinderchen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, bis dahin. Tschüssli, müßli. Tschüssli, tschüssli. Bis zum nächsten Mal.